Herzlich Willkommen bei Experten beraten. Heute haben wir aus dem Haus Perl ein Multifunktionstaschenmesser geschickt bekommen. Das hat 16 Tools in einem. Die Verpackung war ein neutraler brauner Karton, da stand ein Perl drauf. Im Inneren war dieser nicht besonders schöne weiße Karton, auf dem hier vorne noch steht 16 in 1 Multifunktionstaschenmesser mit ebenem Echtholzgrill. Die Lieferzeit betrug zwei Tage nach Bestellung und jetzt schauen wir uns das Messer mal an. Das ist ja besonders praktisch, wenn man unterwegs ist und man die Tasche rein aufmachen möchte oder was abschneiden möchte oder was auch immer. Schauen wir mal, was da alles bei ist. So, hier haben wir schon mal die Bedienungsanleitung. Eine Auflistung der Teile, die enthalten sind. Lieferumfang dieses Multifunktionstaschmesser und diese Bedienungsanleitung. Insgesamt 16 Werkzeuge aus rostfreiem Edelstahl. Die Maserung wissen wir gleich. Es wiegt 140 Gramm und fasst somit wunderbar an den Schlüsselbund. Und jetzt schauen wir es uns einmal an. Also es riecht nach Stahl und Holz. Das ist ja nicht echtes Holz. Das ist schon mal sehr schön von der Maserung. Ich weiß nicht, dass Sie das sehen können. Es sieht ein bisschen aus wie Kiefer. Es ist sehr schön gemassert. Hier unten ist auf der einen Seite der Name Pearl eingestanzt. Ganz dezent. Den kann man kaum sehen. Insofern ist das nicht wirklich störend. Hier haben wir einen kleinen Metallkarabiner, mit dem Sie die Funktionstools, also das Multifunktionstaschenmesser, an Ihrem Schlüsselbund oder am Rucksack oder Ähnlichem befestigen können. Ja, und dann haben wir hier die ganzen einzelnen Werkzeuge. Die schauen wir uns einmal an. Hier haben wir einen Kreuzschraubenzieher, messen wir auch gleich mal aus. Der hat eine Länge von 3,5 Zentimetern und macht einen guten Eindruck. Da kann man wunderbar mit schrauben. Das nächste Tool, und das schon ein bisschen schwieriger auszuklappen ist, ist ein Ice Crusher. Der hat eine Länge von 3,5 Zentimetern. Schauen wir uns das Ganze doch auch mal an. Der hat eine Länge von 9 Zentimetern, eine Tiefe von 2,4 Zentimetern und eine Breite von, hier ist der breiteste Punkt, 2,7 Zentimetern. So, jetzt schauen wir uns das nächste Tool an. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Außen sind sie sehr einfach auszuklappen. Hier im Inneren hat man tatsächlich das Problem, dass man erst die anderen ausklappen muss, um ranzukommen. So, da haben wir eine sehr dicke Nadel. Hier ist das Böhr, die kann man als Zeiger benutzen. Die ist sehr dick, die Spitze ist nicht spitz, ist abgerundet und haben wir hier einen halben Zentimeter. Ja, also für grobe Nähte vielleicht. Das ist nicht so sinnvoll, finde ich. Das nächste, ach komm schon. Das ist eine Nagelfeile. Das ist praktisch, wenn man sich die Nägel abbricht, während man die ganzen Werkzeuge ausklappt. Da kommen wir auf eine Länge von insgesamt 3,8 Zentimetern und die Pfeile hat eine Hüftlungsfläche von 2,9 Zentimetern. Das nächste ist ein Haken. Der hat eine Länge von 3,56 Zentimetern und ist ganz praktisch, denke ich. Und als letztes auf dieser Seite haben wir ein Korkenzieher, wenn man mal Wein trinken möchte und keinen Wartner dabei hat. Sehr praktisch. Das ist sehr spitz hier vorne, das ist schön. So, auf der anderen Seite fängt es an mit dem Messer, also dem Haupttool des Taschenmessers. Das hat eine Länge von 6 Zentimetern und eine Schneidenlänge von 5,5 Zentimetern. Jetzt probieren wir mal aus, ob es denn auch scharf ist. Ja, das geht da durch die Butter. Wunderbar. Das nächste Tool auf dieser Seite ist eine Säge. Das ist ja auch praktisch. Die hat eine Länge von 6,5 Zentimetern. Der Sägebart ist 6 Zentimeter lang und die Zähne ungefähr 2,3 Millimeter. Auch das probieren wir mal aus. Die andere Seite. Also, Franz ist jetzt ziemlich aus, das ist tatsächlich für Wurz gedacht, aber das probieren wir jetzt nicht aus. Also, auch da sehr schön. Dazu ist auch noch gesagt, wenn Sie das Messer oder etwas anderes benutzen, es ist zwar rostfreies Edelstahl, aber Sie sollten es trotzdem mit Seitenwasser abwaschen und gut trocknen, bevor Sie es wieder reinmachen. Da auch rostfreier Edelstahl tatsächlich rosten kann. So, ich weiß nicht, wie ich jetzt... Ah doch, Moment. Das sieht aus wie eine Schere. Ja. Ach. Die nicht raus will. So, jetzt haben wir sie. Da haben wir eine kleine Schere. Kann man als Nagelschere oder zum Abschneiden von irgendeinem Ziehfäden. Ich habe jetzt gerade keine... Ohne? Doch, habe ich schon. Na, da komme ich jetzt nicht ran. Ähm. Probieren wir auch wieder an der Packung aus. Sehr scharf. Sehr schön. Ähm. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann... Wie geht die Säge? Was haben wir hier? Eine Lupe mit einem Brennglas, das etwas schief im Inneren sitzt. Und... Ich schreibe jetzt mal die Dienungsanleitung an. Oh, da kann ich gar nichts sehen. Also, da muss man... Die... Das Glas ist nicht besonders hochwertig. Zur Not. Also, falls Sie sich den Marienkäfer oder sowas anschauen wollen, geht's vielleicht. Aber sagen Sie vorsichtig, dass Sie da nichts abfackeln. Ähm. Die Lupe-Blaser haben einen Durchmesser von 1,5 cm. Also, das ist jetzt nicht ganz so toll, das Werkzeug. Aber die anderen waren ja sehr schön. Dann haben wir schon das Vorletzte. Das ist... Ein Flaschenröckler. Immer praktisch. Nicht jeder kann das mit einem Feuerzeug. Und das Letzte ist... Oh, komm. Geht auf. Ein Dosenöffner, mit dem Sie Ihre Dose aufmachen können. Beim Campingbesorger ist praktisch. Ja. Das war das Multifunktions-Taschenmesser von der Firma Pearl. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen dieses Multitool irgendwie behilflich sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie hier unten nochmal klicken würden. Dort gelangt Sie auf unsere Website. Da gibt's den Testbericht nochmal in Langform mit allen Maßen. Und Sie können dieses Multifunktions-Taschenmesser von Pearl auch gewinnen. Viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.